Hallo, hallo, hallochen. Ja, ich mach glaube ich mal die Ton aus, das nervt. Es spannt keiner Legion Commander, normalerweise. Das mache nur ich. Ganz Zeit über, naja. Ich weiß noch, dann kann ich antworten. Ich könnte jetzt eigentlich euch ein Bild zeigen von einem... ...Kerl, der aber... ...sollte ich glaube ich nicht. Der ist in einer... So... Oh, mein Arm, diese verdammte Info. Moment, und das müsste ich nochmal kurz sagen. Ähm... ...der ist in einer... ...sogenannten... ...schlagenden... ...Verbindung. ...bedeutet, die kloppten sich damit echt ein Schwert an. Oh, mein Arm, ey, das ist so... ...hohoho... ...und er hat eben was abbekommen. Kopf, zwei... ...an der Wange, auf der Stirn... ...und er ist eigentlich nicht gut aus. Halt... Sehr gut. Leute, nehmen wir zwei Tango, bitte. Ja, man ist natürlich gerade einen schweren Stand, tatsächlich. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh. Gut ist das nicht. Alle im 40er-Bereich und nicht einfach 60. 9, 14, 25. Okay, eventuell ist das machbar. Meine Schulter regt mich auf. 318, verdammte Axte. Das haut rein. So, setz ich mal. Du d'r'r'r, please. Prepare for battle. With Vim and Venom. Ach, er hat welche bekommen. Brauche ich ihm nicht auch noch eins geben. A touch of Venom. My Venom blows. Oh, ich muss mich irgendwie erinnern. Das setten mich an, die Venom. Das ist mein Set. Ich habe genau dieselbe Zusammenstellung. Nur, dass ich noch eine Runde drin habe. 30 Sekunden zu battle. No, ja. Yes. Yes. Ich bin zu langsam. Blockt mich doch nicht, ihr Vollpfosten. Komm schon. Die Toxin ö thankful. Ich bin. Ja. Ach, es ist gut. Ich bin. Geh! Erstmal mal. Erstmal! Bestcards weren't right to place them, trust in me. Like a plight. True, love it. Standkotzen. What do you want to do? Taste my Venom. Well, I had... Violet Vans. Just so that the ass gang came in. Where they came from. As you say. With Vim and Venom. So, I can't say. But there must be an enemy. In Venom. Hmm. 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 Violet Vans. Gut, die Lane haben wir jetzt gerade. Eigentlich ganz gut unter Kontrolle, würde ich mal behaupten. Yes. Hab ich ihn erwischt? Nein. Scheiße. Okay, dann hab ich ihn halt nicht erwischt. Gold für mich. Ja, was? Ich hab weder Mana noch... Bin ich in der Nähe. Wunderbar. Wunderbar. Erstmal wird das Gift noch aufgerissen. Dann kommen die Plagueboards. Kann ich da nicht zu viel Mana drauf versemmeln. Dann komm. Wunderbar. 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 Aber ich hatte nur Reis mit großen Bratwurst. Klingt lecker, ne? Ich versuche doch nur nervig zu sein. Kriege ich doch ganz gut hin, oder? Ich pehle. Oh! Man sollte natürlich auch, wenn man Schuhe hat, sie auch einsetzen. Oder nicht einsetzen, man sollte sie irgendwie benutzen. Warum sind die am Bot Tower dran? Hm. Oh, ah. Hm. Das ist gut. Hm. Spirits her. Spirits her. Da. Schön außerhalb geblieben. Die Mana liegen immer noch aktiv. Mal schauen. Was? Was? Dang it. What the heck? Das war knapp. WARS. Die WDR. Da sind jetzt viel besser. Ja. Das sind zwei WDR. Wie ist die 100. Die WDR. Mit Bim und Venom. Gold für mich. A touch of Venom. Ob. Er hat schon wieder die Rune. Was? Toxic Attack. Bestellt sich kaum anderes Essen in Deutschland als Pizza. Bestellt sich selten Chinesisch oder so. Naja. Was war denn? Ah! Okay, da war's Bird. As you say. Oh, je... Ibarra, barra. Violet Vash. Oh, Gott. As you say. Hey. Oh, Invoker. Agitation. Spirit Breaker. Ja. Okay. Alter, da komm ich nicht mehr mit meinem Lesen, verdammt. Ähm. Oh, Rune. Mann, nee, Mann, nee, Mann, nee. So, jetzt kann ich mal. Alter, was geht denn jetzt ab? Ah. Quick as Venom. Arschloch. Ich kann das nicht mehr mit dem, die dann mal. Ah. Ich kann also nicht ewig nicht erinnern. Ich kann ja! Ich kann schon mal sehen. Ich kann auch nicht aufholen. Schand, meiner. Meiner. Alter, ich komme nicht mehr. Ich muss auch noch spielen. Ich muss hier euch den Schuhe sehen. Stimmt, ich bin der Support, verdammt. Ich sollte ihn mal aufrüsten hier. Okay. Okay. Geld für Streamen. Ich werde mich mal froh, wenn ich überhaupt was bekomme. Ich habe noch nie was über Streams bekommen. Ja. Ja, ja. Oh, jetzt habe ich sie auch angezogen, oder was? Das ist eigentlich mittlerweile raus. Wie die Assists? Ich muss noch mehr rein. Ja. Es ist... 38 Assists. Das könnte im Moment dauern. Oh, der hat den Falschen angechargt. Okay. Da fängt der Birdbreaker eigentlich vor mir weg. Der hat doch schon wieder auf mich gechargt, der... Agitation. Schon. Okay, wie gut ist. Warum macht er es? Das nächste Mal, wenn er vorbeikommt, kriegt er sein... ...meine Ulti ab. Ich muss nur gucken, dass ich bei 200 bleibe. Ich kann immer nur bei 220 in den Brauch setzen. Wow. Shit. Warum hat er auf einmal mich angepeilt? Das geht ja mal gar nicht. Okay. Okay. Interessant. The enemy's middle tower has fallen. Ah, okay. Warum hab ich dich jetzt nicht ohne? Was ist das denn? Warum ist Lich jetzt nicht... Warum ist Lich jetzt nicht gestorben? Verdammte Axt. Ich denke, ich den noch so gut bearbeitet hab. Wie sieht das eigentlich mit dem Level aus? Ja, gut. Das wird nix. Meine Kills, das wird vielleicht noch was. Mal gucken. Da ist Lich schon wieder... ...der heule Spaßvorwärter. Ich bin ein Streicher. Ich bin ein Streicher und meine Streicher. Die Begeister. Die Begeister. Da geht's. Okay, überhaupt keine Reaktion. Das ist natürlich auch geil. Ich wollte zwar gerade nur was kaufen, aber jetzt habe ich auf einmal irgendwie keine Lust mehr drauf. Mal sehen, ach sie sind alle auf Bord, das ist gut, ich bin auf Spritebreaker, der ist auf Slop. Hm. Wie nett der Kerl da ist. Ich scheine darum, die Frage ist jetzt eben... Oh. Scheiße. Ich glaube ich habe ihn nicht erwischt. Das werde ich nicht haben. Oh. Ah. Nein. Nein, das gibt's nicht. Oh. Okay. Ist das gut. Was geht denn da im Moment ab? Alter. My Venom flows. Dauer, dauer, dauer. Uh. Der war geil. Quickest Venom. Okay. Okay. Husker ist... Oh, ich habe kein Mana mehr. Ähm. Yes. I could. Hm. With Vim and Venom. Agitation. Ich wollte schon sagen, Phantom Lancer, ich habe mich verlesen. Upsa. Ja. Wieso teleportiert der Arsch weg? As you see. Freshman. Ja, mal grad die Rune holen. Go for me. Oh. Was ist denn mit denn los? Waren haben die alle Schiffs vor mir? Ich bin noch gar nicht so stark. Ich hätte mir auf das Spiel setzen sollen. Oh, das mit den Schiffs ist, das wird einfach nix. Eheheheh. Eheheh. A touch of a gun. Bei den anderen sieht es besser aus, was jetzt die Assists angeht. Unstoppable. A vicious double-slaying spot. Ach, ja. Ah, sweet toxicity. Wäre ja schön, wenn es daran liegen würde, dass die da tatsächlich Angst haben. aber das habe ich natürlich gerade nichts mehr Mist, ich wollte ihm gerade noch meinen Wehlauf-Diskirt draufhauen das hat natürlich nicht hingehauen Mist Man kann ja mal ein bisschen ärgern zurück von Death's Door Alles klar Oh, ich habe das Kunkers an der Website im Moment dran Das ist interessant Das kostet mich im Moment das ist der Wölf Das ist ja praktisch Das muss ich auch ausnutzen so lange das Ja, das war ein bisschen übertrieben Oh, shit Mist Der Husker ist gar nicht da gewesen Ah, ja Sniper im Jungle Sniper im Jungle Möglich Ja Ich bin doch ein bisschen oft gestorben eigentlich schon Also grundsätzlich Schau, das ist noch im grünen Bereich Ich As you say Your middle tower is taking a rubber Evermore venomous agitation So Gut, dann habe ich ja bald meinen Forster Watch this spot My venom flows Wo ist denn? Da schießt mein Pläger Was denn? Warum schreit der nach dem Ward in der hier im Jungle noch mal rein? Ja, merkwürdig Merkwürdig Agitation Agitation Machen wir mal hier My venom flows See, bye bye Yes Oh, okay Hey, der hat Probleme Schmiel Drei Mann Und Ich bin in der so Hm Hmm... Not yet. Regeneration. Skim binnen. Wir spielen! Oh, schön. Du hast nur noch den Krieg gesammelt. Halt mal einer an. Hat eh doch einer an dessen Tarnquist gelassen. Das muss ich mir jetzt liefern lassen Bisschen doof Sind wieder alle drin Bisschen ärgerlich Gut Er ist wieder auf mich charged So jetzt habe ich ja Basic erstmal mein Kram dabei Range und Geschwindigkeit Warum nicht Warum nicht Das macht doch Spass Range und Geschwindigkeit So Was ist das denn Oh mein Gott Was ist das denn hier Impeil Es ist nicht mein loyaler Herr Vengen Vengen Das ist das Das ist das Das ist das Das ist das Ja, irgendwer möchte auch noch mal... Was ist das denn bitte hier? Was ist das denn für ein Verein? Unglaublich. Wann laufen da drei Korinne rum? Roboosh. Ups. Was ist das denn? Was ist das denn? Ja. Wow. Ja. Oh. Es ist sechs feet down. Oh, das ist das. Oh, das ist das. Was ist das denn? Schon eindruckvoll. Hm. Okay. What? Was war das gerade? Oh, jetzt weiß ich, was ich gerade eben vergessen habe. Ich habe noch Kraft bekommen gehabt. Spieler Karten. Okay, Spirit Breaker charged gerade nicht, der ist am Farmen. Da brauche ich mir da gerade keine Sorgen machen. Schön. Wunderbar. Wunderbar. Ich habe mich den Wart hier passend hingestellt. Ein bisschen länger überleben. Schaut auf nicht. Schaut auf definitiv nicht. Spirit Breaker ist immer noch da. Ja. Ja, ich weiße, das ist gecharged. Schon klar. Ich würde jetzt gerne nach vorne, aber ohne Forster ist das eben ein bisschen, oder mit dem Forster ist ein bisschen doof. Weil, dass er dann meine Flucht verhindert. Wie du sagst. Okay, er hat nicht gecharged. Das bedeutet, mir geht es grundsätzlich eigentlich gut. Und sie vermuten mich wohl da in der Nähe. Okay. Eine dominante Leistung. Ansonsten. Vielleicht habe ich den Kurier nicht wegbe林cke. Ah, okay. Die hatten einen Wart da stehen. Gub, dass der gerade zerfallen ist, sonst hätte der mich noch irgendwie gesehen. Bis dann wieder. Immer noch drei Stück. Ich stelle mich jetzt hier hin und... Fehlt irgendwer Ist das ein Wort mit der Hüft? Ja Oh ja Komm schon Da hab ich nicht gesehen, da hab ich nicht gesehen Yes Gott, oh mein Gott, oh mein Gott Lauf, 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 lauf Ich bin raus aus der Nummer Okay Wieder unten gesessen Ich hab mich schon wieder nicht bekommen Nein Nice Hat er seinen Huch verwendet Hm, nein Ich Und Husker Und Potsch Sind alle zurückgerannt Mit denen ich Gründlich verarscht hab Das ist Mit Vim Und Venom Mein Spiel auch grad nicht schlecht Muss man sagen Ich mein Ich mein Wäre ich auf das Klet Da hätte ich nur reingeben müssen Mit meiner Kulti Und äh Dann wär's wirklich schon riskant gewesen Gegen den ganzen Gift Stimmt Stimmt Ich muss nur aufpassen, dass Spirit Breaker eben nicht auf mich chargt Ansonsten ist alles gut Und dann krieg ich auch endlich mal den Tauber-Gift rein Ruination Jetzt hab ich nicht aufgepasst, ob Spirit Breaker kommt Agitation Untertitel Uh Hmmmm Mein Freund ist so torged das wird nichts hoffentlich geht nicht noch dran drauf das wäre ich der hammer ich bin aber ich bin aber ich habe ich auch gerade noch gesetzt Wie gut. Wunderschön. Wunderschön. Yes. Oh. Oh, meine Freunde, die hier gehört komplett mehr. Ah, da wurde ich. Wissens brauche ich noch. Oh. Oh, shit. Das ist so gut. Oh. Das. Okay. Tod. Und Jugga kommt an den Tower ran. Gut. Gut. Ach, 10 Kills, da komme ich doch nicht in den Läden hin. Nein, aber mit 23 bis 70, überhaupt. 25 Minuten. Ist schön los. Oh. 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 Okay, da kommt jetzt einer hin. Wartest du, wird es da. So. Lass mich noch mitmachen. Oh, scheiße. Dang it. Dang it. Dang it. Dang it. Mein Wett auf Discord war nicht bereit. Fuck. Damit hätte ich die bekommen. Magic Resistenz. 25% Magie Resistenz. Magie Schadet um 25% erhöht, wenn ich so rumnehme. Das ist schon übel bei meiner Ulti. Deine Top Tower ist unter Attack. Vielleicht hätte ich dazu noch ein Zepter holen sollen. What the fuck? What the fuck? Did you notice they're attacking your heart on tower? If the beacon goes up. My venom blows again. Wicked sick. Cross deep right there. Ich schaue mich noch nicht. Ernst das. Double kill. Temperature? Yes. My venom flows. Help your bottom tower. It's in my nature. Help your bottom tower. To the depths with your bottom tower. What's wrong with this team? That's what's wrong with this team. That's what's wrong with this team. Concentrated with agitation. I'm trying to push through here. I'm trying to push through here. With Vim and venom. I'm trying to push through here. Hmm. I'm not ready. Shy sir. I only wanted to kill him. The enemy's top line has fallen. Dire structures are fortified. I'm not ready. Oh my... Oy! Fresh mate! Let's get... Geht, würde ich das jetzt nicht unbedingt nennen. Ja, das ist einsatzfähig, nicht honorierter und nicht unterstützter Einsatz. Äh, 23, okay. Alter, du bist unsichtbar. Du kannst doch gucken. Oh, okay. Scheiße, was jetzt? Scheiße, ich kann nicht helfen wollen. Sniper, ich gebe dir bara. Ah, dang it. Eww. Scheiße, ich habe ihn verfehlt, im Ernst jetzt? Ach, der hat... Das ist weg. Das ist weg. Ja, mach was. Du bist weg. Du bist weg. Du bist weg. Du bist weg. Bumme, ring. Bumme. Plage unsere Enemies. Unten die Kaffee. Komm schon, es sind nur noch zwei drin. Du. 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 Und da. Du. 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 Das ist schön. Weil ich weiß. Das ist schön. Ich habe nur langsam wieder ein bisschen weniger Macht. Das ist schön. Du. 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 Oh. Geil. Mann. Oh Mann. Wer mag Pizza? Ich mag Pizza. Was? Ich mag Pizza. Ich mag Pizza. Ich mag Pizza. Wickel,." Ich mag Pizza. Ich mag Pizza. Oh, das war ein paar Hege-Amer. Ich mag Pizza. Ach. Dann bin ich besser. Das ist aber einfach so. Ich mag Pizza. Das ist aber auch ganz schön. Oh snap, das ist natürlich jetzt, das ist natürlich nicht schlecht, ich ulti, du kannst dich mal creepchern und dann her springen, er hat keinen Zifter, also hört die auch immer wieder auf, äh, das soll ich mitbekommen, ich bin schon auf dem Weg, schon auf dem Weg. The barracks, just took a dip. My enemies are cows. The enemies fought on the barracks. A whole lot of murder going on here, wicked sick, too done. What happened? Actually I just told you, come on, okay. Oi, fresh mate. Sweet toxin. Und ein paar schöne Last Hits sammeln. Necophores brought it zurück, okay. Ach, die haben ja alle Wellen aufgehalten, so ein Trick und ich laufe hier lang. Komm, gib mir Hast und dann bin ich zufrieden. Ah, was für eine schöne lange Reihe da, Leute. Da war Hass, oder? Da war Hass, oder? Sollte ich vielleicht mal die Treppe hochgehen? Ja. O, damage ist jetzt auch schon wieder vorbei. Ach ja, ich gehst den Schutz durch meine Mega-Creeps nicht begleiten. Erstmal keine angreifen. Oh mein, ich bin mal auf, ne? Wollten wir zwei Katapulten? Vielleicht kommen. Okay. Interessant. Da kommt Licht. Genau, so interessant. Das wird der kleine Takt untersucht. Irgendwo nicht bei mir. Okay, das war doof. Oh, ich trete noch mal hier. Okay, bin ich bald da. Spirit Breaker. Buscar. Sehr gut. Schau, ich gebe dir. Schau, ich hab keine Ahnung. Gut, ich habe einen Spiel bekommen. Gib mir dein Lieblings. Jetzt. Das ist nett, ich krieg Pizza. So, Moment, was hatte ich jetzt? Quest. Venomance ist fertig, jetzt brauche ich die Assists. Ah, okay. Schade, noch 50 fehlen. Hatte ich nicht. Ah, nee, da fehlen noch 4. Noch 4. Gut, dann auf in die nächste Runde.